Das ist gesund für die ganzen inneren Wege, wo sie durch muss. Das hält den Körper in Form und bringt auch Vorsinn. Ich will dir noch was sagen, mein Freund. Wenn Menschen Kohlsuppe essen, sind sie meistens gut und gesund. Ach so, du willst eine Kippe davon mit nach oben nehmen, das schmeckt überhaupt kein Problem. Na los, komm mit, komm mit. Die beste Irr- Ja, ja. Aufhören, Quatsch, Quatsch. Ich bring dich doch raus. Ja, ja, Entschuldigung, ich weiß. Also los. Na, steck das nicht an. Kannst du mal sehen, Buckelchen. Absolut tödlich, die Gase. So was muss doch aus. Vorsichtig. Oh, mein Gott, das geht. Ja, ist doch schon gut, mein alter Freund. Du musst dich nicht so gehen lassen. Und die Suppe hauen wir uns jetzt rein. Direkt bis ins Gehirn. Das ist gesund für die ganzen inneren Wege, wo sie durch muss. Das hält den Körper in Form und bringt auch Vorsinn. Ich will dir noch was sagen, mein Freund. Wenn Menschen Kohlsuppe essen, sind sie meistens gut und gesund. Und. Okay, boi. Und. Uuuuuh!